Willkommen in Minecraft. Willkommen bei Minecraft Streaming, ja, ja. Creeptastisches, hey, ho, und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Mit dabei ist der Prinz und der Artirats. Auf jeden Fall, Leute, lasst auf jeden Fall ungefähr coole Bewertungen da und ja, viel Spaß mit der Folge Survival Games. Wie hat er das gemacht? Wie jetzt? Wie jetzt? Da war schon einer raus. Jetzt auf der Ecke. Warte, hier. Lass uns aber nicht teamen, okay, lass uns aber erst, wenn die Schütze vorbei ist und wieder zusammentreffen. Mega. Ja, Leute, wieder eine lustige Folge Survival Games. Ey, meine Güte, da war jemand schon. Sag uns zu scheiße, bevor die Schütze vorbei ist. Die ist auch klar. Ich habe sie nicht gefüllt. Natürlich habe ich sie gefüllt. Ich habe sie gefüllt. Ich habe sie gefüllt. Willkommen in Minecraft. Willkommen bei Minecraft Streaming. Ja, ja. Das ist wundervoll. Okay. Willkommen in Minecraft. Leute, ich werde mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben bei diesem Video. Ja, weil jeder würde sich hier Mühe geben, oder? Nimmt jeder auch von euch? Ja. Ja, ja. Na, Gott, ich bin doof. Alles klar. Ja, ich bin doof. Einfach Lex und der Typ verfolgt mich. Als wäre ich ein YouTuber. Ich bin kein YouTuber. Ich bin nur ein Spieler. Ich bin ein... Können wir schwer machen, aber ich habe keine... Was ist das denn? Ich kann mich verarschen, Mann. Junge. Ich brenne für ihn, Leute. Ich brenne für ihn. Ich brenne für dich. Mann. Nein, lass bei mir ein Leiter. Oh Gott, Alter. Willst du ihn jetzt statt? Wie er abfuckt. Der fuckt voll ab. Wie er fuckt voll ab. Gehen wir jetzt an? Nee, oder? Ähm, ich würde sagen, alle auf ihn, oder? Mei, wir sind halt lächerliche Typen. Hallo, Batman. Bisschen. Nicht. Hey, egal. Hintergrund Musik. Ähm. Prinz, ich will ja Ungarn nicht töten, aber... Es ist ein Spiel, Mann. Ey, was bist du für ein Arsch? Willkommen in Minecraft. Los. Ich brenne für dich. Atirax, ich brenne für dich. Ich brenne für dich. Ja, genau, Atirax. Du Hacker, du. Du kleiner Hacker. Ach, nein. Oh Gott. Hä? Bin ich dumm, wieso bleib ich auch stehen? Ja, das ist super. Wieder ein Knopf. Nein. Guck mal, da hat Rix. Isaac. Ja. Na? Nein, nicht töten. Das ist unfair. Jetzt musst du rennen. Run. Du machst mich nach, Hacker. Nein. Jetzt bist du darin. Komm schon. Nein. Ich hab zwei Schritte gegen mich. Nein, ich hab mich noch wegschwert. Ich hab mich noch... Julian. Julian. Ich kenn den das von Juli. Julian. Alter, das ist so cool. Ich hab den krassen... Gott. Ich hab meinen Feuertrunk. Er kommt auch noch zu mir. Oh, das ist so schlimm. Oh, kurz was... Ey. Ich hab verloren. Ich helf dir, Brent. Er brennt. Ja, genau. Gib mir die Vormo. Ja, gib mir die Vormo. Ja, gib mir die Vormo. Ja, gib mir... Junge, er leckt. Er leckt des Todes. Er hat leckes. Jetzt rennt er weg. Okay, bis zur nächsten Runde. Kripp kann nicht Moderator... Nein, mein Prinz. Bitte. Nein, du kriegst keine Mord, sonst wirst du das beste PvP-Spieler. Okay, dann können wir... Kripp halten. Mann, Julia. Julian. Ganz oben auf dem Baum, da kannst du ganz rechts sein. Ganz rechts. Er weg. Weg. Hat er nicht gewohnt hier oben? Nein, er sieht dich nicht. Er rennt so weg. Der Jujan. Mulan. Der Ripper, Junge, der... Der ist richtig abgefuckt, hat mich richtig abgefuckt. Ich hab's nicht. Easy. Der hat geleckt, dadurch konnte ich die ganze hinten. Achtung, der kommt von oben. Der Jujan. Mulan. Ich weiß schon, wie ich den Titel nenne. Und zwar artiger als der Vormo. Ich nenne den Titel, Jujanko tötet mich fast. Das ist die Kli... Von Clickbait, oder? Der Fans war mit der T-Uno. Das hinterhängt die Beschimpfung. Und Juj... Du hast Julian gekillt, du Julian. Ich hab Julian gekillt. ja leute das war es auf jeden fall mit so genannten bei mir bei der folge auf jeden fall drei daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat und ja wir sehen uns in der nächsten folge von minecraft war gemein ja es kommt auf jeden fall große projekte drehen kommt wieder auf jeden fall drei drei videos also die kommen bald wieder drehen videos auf jeden fall aber auf jeden fall leute das war es auf jeden fall in der folge minecraft und auf wiedersehen und schau euer creep